Nächsten Samstag ist der 1. Mai. An diesem Tag der Arbeit finden normalerweise Demonstrationen und Kundgebungen in der Region statt, bei denen auch verschiedene Gewerkschaften zusammenkommen. Im Zollern-Albkreis gab es solch ein Zusammenkommen, allerdings bereits seit längerem nicht mehr. Das wollen unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Gewerkschaft Verdi ändern. Deshalb haben sie sich am Freitag im Naturfreundehaus Balingen getroffen und den Auftakt dazu gemacht. Solidarität ist Zukunft, lautet das Motto des Deutschen Gewerkschaftsbundes, kurz DGB, für den 1. Mai 2021. Normalerweise begleiten Gewerkschaften den Tag der Arbeit mit Demonstrationen und Kundgebungen. Der Vorsitzende der Verdi-Senioren Zollern-Alb, Salvatore Bertolino, bemerkt allerdings, im Zollern-Albkreis war es in der Vergangenheit eher still. Nach Anfragen, die wir gemacht haben bei Senioren, ist es über 50 Jahre her, wo hier im Zollern-Albkreis, ehemals Landkreis Hechingen und Landkreis Balingen, der 1. Mai vom DGB zelebriert worden ist. Das möchte Bertolino ändern. Gemeinsam mit Vertretern verschiedener Gewerkschaften will er die Traditionen am 1. Mai im Zollern-Albkreis wiederbeleben. Wichtig ist für uns, den 1. Mai wieder vor Ort zu bringen, weil wir nah an den Menschen, nah an unseren Mitgliedern, nah am Arbeiter, am Arbeiterinnen, Angestellte, Angestellte, Beamtinnen und Beamtinnen sein wollen. Nah am Menschen, weil wir im 1. Mai unsere Lebensfreude ausdrücken, weil wir engagieren uns, weil wir gerne und gut leben wollen. Und gut leben und gesund leben gilt letztendlich nur, wenn da in der Arbeitswelt die Arbeitsbedingungen gut, human sind und die Löhne dementsprechend sind. Gemeinsam auf die Straße gehen, gestaltet sich in Pandemiezeiten eher schwierig. Deshalb haben sich die Vertreter der Gewerkschaften im Naturfreundehaus Balingen zusammengefunden, um bedeutsame Statements für den Tag der Arbeit aufzunehmen. Die werden dann zusammengeschnitten und als kleiner Film am 1. Mai auf Facebook und YouTube gezeigt. Mit dabei ist auch Bernd Romer, der Kreisvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Wir versuchen schon seit mehreren Jahren die Gewerkschaftstraditionen, den 1. Mai, den Antikriegstag, im Rahmen vom DGB wieder aufleben zu lassen. Und konnten das pandemiebedingt nur bedingt durchführen und versuchen das jetzt halt in diesem Format. Und möchten da also wirklich nächstes Jahr dann möglichst wieder einsteigen in Präsenz mit vielen Leuten. Auch Rudi Seges von den Verdi-Senioren Zollernalp ist es wichtig, an dieser Aktion für den 1. Mai teilzunehmen. Was mich zurzeit ganz stark beschäftigt, ist der Kontakt zu den Mitgliedern. Und darum unterstütze ich auch, dass wir versuchen im Zollernalpkreis wieder eine Mai-Veranstaltung zu machen. Aber das Wichtigste ist, dass wir mit den Kollegen in Kontakt kommen. Viele sind auch durch die Pandemie und durch andere Sachen, durch Homeoffice, ist die Solidarität nicht mehr vorhanden. Und die Betriebsrätearbeit müsste verstärkt werden. Und wir müssen schauen, dass die Mitglieder wissen, dass die Gewerkschaft hinter ihnen steht. Und nicht nur solidarische Sprüche machen oder sich selber beweihräuchern. Und deshalb müssen die Gewerkschaften wieder stärker vor Ort präsent sein, betont Seges. Dazu war heute der Auftakt. Nächstes Jahr soll die Mai-Veranstaltung im Zollernalpkreis dann in Präsenz stattfinden. Und das hier im Naturfreundehaus. Da sind wir ganz zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr hier in diesem Flair oder dieses Hauses also ganz tolle Außenveranstaltungen machen können. Mit Kulturprogrammen, mit Wanderungen, mit Kundgebung, mit Kinderprogrammen und alles, was dazu gehört. Bertolino ist jedenfalls zuversichtlich, dass der Auftakt gelingt und sich nächstes Jahr am 1. Mai einige Leute mehr in diesem Hof zusammenfinden werden.